Zahlreiche kreative Funktionen auf Knopfdruck, großartige Druckqualität und kombinierte Tinten und Papiereinheit mit einer Druckkapazität von 50 Blatt machen den Fotodruck mit dem Selfie ES1 zur reinen Freude. Papier und Farbband sind im praktischen Easy-Fotopack kombiniert. Damit werden Fotoprints zur komfortablen Angelegenheit. Einfach die Einheit austauschen und zwischen verschiedenen Formaten wechseln, zum Beispiel Kreditkarten oder Postkartenfarbig oder schwarz-weiß. Mit einem Easy-Fotopack drucken Sie bis zu 50 Bilder im Postkartenformat. Der Selfie ES1 im schicken Hochkantformat findet auch auf beengtem Raum Platz. Das ausziehbare USB-Kabel ist schnell ordentlich verstaut und dennoch immer zur Stelle, wenn es gebraucht wird. Der Digic 2 Bildprozessor sorgt für die präzise Steuerung des Druckkopfs und damit für ausgezeichnete Druckqualität. Automatisch werden Bilder optimiert, zum Beispiel hinsichtlich Helligkeit und Kontrast. Beim Druck von kompatiblen Speicherkarten kann auch eine rote Augenretouche vorgenommen werden. Das große und klappbare LCD-Farbdisplay ist ideal, um vor dem Druck die Fotos anzusehen, auszuwählen oder zu bearbeiten. Einfach das integrierte USB-Kabel ausrollen und an die Kamera anschließen oder die kompatible Speicherkarte der Kamera in den Speicherkartenslot des Selfie ES1 einstecken und schon werden die Bilder angezeigt. Kabelloser Druck wird mit dem Selfie ES1 ganz groß geschrieben. IRDA-Schnittstelle oder ein optional als Zubehör erhältlicher Bluetooth-Adapter erlauben den kabellosen Direktdruck von kompatiblen Geräten. Selbstverständlich bietet der Selfie ES1 auch einen Anschluss für den Canon Wireless-Print-Adapter, der Digital XSUS Wireless. Fotodruck auf der Reise, draußen oder da, wo keine Steckdose verfügbar ist? Kein Problem, der als optionales Zubehör im Handel erhältliche Akku gibt Ihnen die nötige Unabhängigkeit. Eine spezielle Kreativtaste bietet die Möglichkeit, Ihre Fotos mit Sprechblasen zu versehen oder die Lieblingsbilder in einem Album, Kalender oder Multilayout auf andere Arten kreativ auszudrucken. So können Farben mit MyColors bearbeitet und die Bilder über den LCD-Bildschirm vor dem Eindruck individuell zugeschnitten werden. Der schnell trocknende und lang anhaltende Schutzfilm sorgt für hochwertige Fotoprints, die bis zu 100 Jahre farbstabil bleiben. Zusätzlich schützt er das Foto vor Schmutz und Fingerabdrücken.